bei mir ich muss mich einfach ganz kurz gegen die jahre ich bin eigentlich glaube ich doch mein gott so das passt das passt halt glücklich ich kann halt wirklich sehr gut ablenken wieder von links er wisst ihr wochen wie es an zu tanzen egal wir sind schon mal bei 62 ich weiß nicht wo wir freuen hatten kannst dich nicht ewig verstecken so nein doch die waffe noch wieder auf was er kam soll von hinten vor allem aber nur einer ja das natürlich dass wir dann so aus dem nichts auftauchen also nicht irgendwie aber bis auch mal so eine waffe gewechselt hat er gut ist aber er braucht halt so sehr gut wie gesagt du kannst halt nicht so genau wie mit der maus nein auch mann die achtung gekocht der hofer jetzt so bürge griff lange die anderen typen dann nicht noch irgendwie hinterher kommen wir sehr nicht so schlimm oder problem gefixt bei der gibt es in der hoffnung das ist einigermaßen jetzt so bleibt und das ist nicht halt und jetzt da irgendwie tausmal gefühlt auftritt na gut werden wir sehen wie sagt wir es alt wir spielen es auf xbox 6 auf guter abwärts kompatibel kompatibilität naja gut und siehe da man das sind nicht ganz ohne prozent die wir auf die feier loslassen in übertragungsreichweite zum netzwerk zugang bleiben versuchen was noch mal genau so aber gucken ob es jetzt ein bisschen bis jetzt der haupt raus der will ausbrechen der nackt hat sagen wir stehen wie doof und er ist ein verbrecher der versuchte auch super jetzt wieder von rechts oder von links man hört es von den geräusche so überhaupt nicht ja keine ahnung auch man jetzt liege auch noch ein habe ich doch jetzt heute nicht auch und ab 9 ob eine ist noch ist gerade frei oder zu mir knapp muss darauf passen nicht dass er gleich wieder von den hängen gekommen naja gut also also dass er wird jetzt hier nicht allzu lange dauern und es ist halt noch mal packt gibt die mission mit der mission um eine stunde ja da wird man ausbrechen aus dem knast gerade unser kleiner haupt ja so können so 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 kann man natürlich auch ein spiel ziehen weil wir sind halt auch nicht so die die übelsten oberstil irgendwie so wie dazu mit dem controller du liegst auch schon ja warum denn lass uns doch einfach da wo es brauchen die leute da abgehen brauchst du nicht um rumlaufen die kann ich wenigstens wenn man da nicht um reinballern warum denn ja warum denn nicht ich habe gedacht das ist das spiel ja du musst ab bestimmten punkt so schießen ja oder so der kommt hinten lang wie sagt doch was nein wieso nicht weil es das spiel ist war nicht mal wie lange wissen da noch stehen und ist noch machen es hat immer funktionieren er hat immer funktionieren könnte natürlich auch mal mit der ak ist so probieren wird das könnte man wirklich häufiger noch mal so probieren so viel zu dem thema man könnte es natürlich als richtig kurzen prozess machen und da einfach in der mitte eine granate dann als nächstes rein dann würde natürlich auch gehen da war man ein bisschen zu schnell vor allem dass er manchmal auch nicht das macht was er soll das heißt ja auch manchmal so eine sache trotzdem es wird es zu konflikten und blacklist einer mein lieblings games hallo normalerweise ist es halt kein problem wir verbinden unsere software auf die feuerung loslassen in übertragungsreichweite zum netzwerk zugang sein dauert etwa die minute so ein bisschen blubel gemacht das ist nicht so weit aus so schwere sehen so ist natürlich ich komme mit der ein gewartelt in der hoffnung dass es dann doch eher punkt so funktioniert die bezweifelt wir sollten noch mal ein bisschen mehr mit den mp und so weiter arbeiten weil dann instanze wird ja werden die typen mehr gestand dass man deshalb wirklich ein bisschen mehr nutzt bitte mir eine lebt noch oder oder nicht oder doch ich weiß es nicht oder doch das ist auf jeden fall schon mal tot da will ich eigentlich ungern hingehen ich kann das den ganzen tag 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 ach so dass der terminal sieht so aus wie so ein wie so ein typ aber ist okay mit der dinge jetzt hat es ein bisschen einigermaßen funktioniert also ich habe jetzt ein mobiler mp mehr ja und dann so 75 prozent ach nee warte ich wollte gerade sagen macht macht den mp wir waren fast durch ja ganz ganz knapp die hat ja hervorragend funktioniert weil sie einfach mal hier zu weit geflogen ist eine muss ich wahrscheinlich gleich hochkommen aber nach jetzt also du müsstest mich eigentlich holen können rein theoretisch ohne dass er sich spricht holy weiß nicht wie lange wir gerade aufnehmen auf jeden fall weiß ich wie lange jetzt guck wieder auf falschen bildschirm ich habe mich schon gerade gefragt warum mache ich denn eine rolle auf die gebrückt hat da müsste noch ein eigentlich jetzt kommt ich finde das was die 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 leute die gegner machen ist teilweise geführt werden dass sie halt immer ein anderes bewegungsmuster haben ist hat sich nicht schlecht war auch so ich habe schon mal zwei erledigt davon okay guck mal ich bin schon level 3 im wiederbüttchen keine ausflüchte ich bin schon mal ein und wenn man man